Hallo und Willkommen zurück zu Hoppla... Nein, nicht zu Hoppla, sondern zu Rollercorso Deco 3. Am besten Part haben wir hier angefangen, um das schöne Bildwasserband zu bauen. Was mich wundert, Wasser fließt ja nicht raus, aber wir wollen mal nicht so sein. Wir wollen das Ganze mal weiterbauen und schauen, ob wir diesmal ein bisschen weiterkommen, aber ich denke mal schon. Wieso ist hier eine Station? Ich wollte hier keine Station bauen. Soll ich hier ein bisschen runter? Ja, das können wir doch auch machen. Aber nicht unterirdisch, also bitte das nicht. Unterirdisch? Nee, das muss echt nicht sein. Dann machen wir das Ganze erstmal so. Nur, dass wir hier ein bisschen bauen können. In Ruhe. Das ist halt immer so ein Hin und Her. Gehüpfe. Jetzt muss das hier so einen kleinen Auslauf geben. Das kann man eigentlich nicht machen. So. Dann machen wir das Ganze so. Große S-Kurfe quasi. Und dann geht's wieder nach oben. Aber das geht ja eigentlich, ich Idiot. Stopp, stopp, stopp. Stopp, stopp. Ja, ich hab grad was im Kopf, deswegen nicht wundern. Ich will das mal testen nebenbei. Wieso nicht? Weil wir nicht verbunden sind. Kannst du jetzt testen? Ja, tatsächlich. Ich würde jetzt hier nämlich... So, weiter bauen. Wir müssen ja hier den Berg irgendwie noch runter kriegen, ja? Das wird man nicht vergessen. Und hier ist auch was, was wir machen müssen. Jetzt kommt, fahr mal. So, ja, Notabstand, du mir egal. Das bremst ja relativ schnell ab. Ja. Genau. Weswegen wir das Ganze jetzt auch doch ein bisschen anders angehen. Ich mein, das ist ja nicht schlimm, wenn hier kann man irgendwas hinbauen. Irgendeine Bäume oder einen kleinen See in die Mitte. Hier, damit die Bahn nicht so langweilig wird. Ich gebe hier immer wieder auf die richtige Ebene. Es soll schon relativ groß jetzt hier werden. Ich würde jetzt... Ja, doch, ich hab ne Idee. Und dann machen wir das Ganze nämlich so. Gehen hier nochmal hoch. Ich schaue uns das mal an. Also, wenn wir hier jetzt vielleicht auf 20 Meter hoch gehen. Kann man das nicht rückwärts machen? Das wir hier uns das rückwärts anschauen. Auch hier möchte ich bitte nicht unterirdisch bauen. Oh, das macht Spass wieder. Attraktion mal zu bauen. Hö? Was das jetzt soll? So, bitte. So, bitte. Das ist halt hier der krasse Weg nach unten. Ah, da wird hier schon eine steile Klippe. Ja. Ach. Entschuldigung. Ah. Ne, es muss anders sein. Äh. Was mach ich denn? Zurück. Nicht ganz so hoch. Dann sind wir aber wieder zu... Was? Wobei, so macht das gar nichts. So, und dann können wir jetzt auch einfach... Wir müssen ja gar nicht zu krass hin. Können jetzt auch einfach... So dann wieder nach oben. Einmal. Ist halt hier lang fahren. Ein bisschen höher vielleicht. Das wäre halt jetzt auf der... Wir kriegen eben das ja genau. Hier könnten wir durch fahren eigentlich. Aber kriegen wir das dann hin mit irgendeinem... Ne, ich glaube das wird mir zu kompliziert zu bauen, dann... Sorry. Was? Ist schon wieder so hoch, wie die... Kriege ich das dann hin mit Bergen oder ist hier so eine fette Klippe? Und hier kann ich das schon abflachen, aber hier wird das ein bisschen schwierig. Ich versuch's einfach mal. Also an sich gefällt mir das von der Aufmachung her schon. Das ich jetzt sage, ja machen wir erstmal. So. Dann auch bitte mehr Wägen. Einer alleine so ein bisschen wenig. Kriegen das nochmal hier. Machen wir sechs Stück mindestens, das passt dann. Sind ja normal auch immer viele. So und jetzt geht der spaßige Teil los. Terra-Arbeiten. 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 Aber das machen wir auch nicht. Und das muss bleiben. Da muss das auch sein. Aber hier können wir zum Beispiel so machen. Und dann können wir hier so machen. Und hier so. Und das Ganze ein bisschen schön abflachen. Versteht schon, oder? Ja. Das ist halt nicht so gleichmäßig aussieht. Ich mache einfach mal ein bisschen Unterschied rein, ich hoffe das ist okay für euch. So machen wir das. Ich finde es schön, dass wir so viele Auszeichnungen bekommen, im Übrigen. Wollte ich nochmal sagen. Das ist hier ein bisschen uneben. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt überall so genau mache, dann werde ich bis morgen nicht fertig. Deswegen werde ich jetzt hier als allererstes mal eine Talsohle schlucht, oder gerade eher so eine kleine Talsohle. Wobei erstmal. Stopp. Erstmal machen wir das Ganze hier so. Nein, stopp. Nein, das wollte ich nicht. Ich sag's euch, das wird eine scheiße Arbeit. So. Das ist immer das Problem, wenn man das nicht mit diesem Einhacksymbol macht, dass das dann nicht so genau wird. Beziehungsweise, was heißt genau? Dann machen wir es doch eher so. Was ist denn das jetzt? Lass mal einer sagen. Geht das jetzt nicht runter? Das gefällt mir jetzt nicht so sehr, um ehrlich zu sein. Was soll denn jetzt die Scheiße hier? Das bewegt sich nicht mehr? Was soll das? Das kann doch nicht jetzt kaputt gegangen sein. Aha. Jetzt. Wow. Deswegen mache ich das nicht mit Terra-Durchschnitt. nicht gerne. Weil dann diese hässlichen Mini-Listen hier aufkommen. Oh, da gehen sie alle kaputt. Stopp. So, jetzt wird es hier was Vernünftiges. Hoffe ich. Boah, ich hab keine Lust. Das Ganze wird sich jetzt so schön zu verpacken. Immerhin bin ich nicht alleine. Na gut, hier. Machen wir das Ganze einfach so. So, es brucht ab. So, so. 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 Ne, Moment. So. 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 Ne, Moment. So. 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 jetzt klarkommen, mit dem funktioniert es. Und danach gehen wir ins Themen. Ui, Licht, komm wieder her. Was ist denn jetzt hier passiert? Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Das kann doch mal nicht sein. Ei, ei, ei. Aber das ist wohl das schlechte Wetter. Das hoffe ich mal, was ich jetzt hier machen soll. Fragt mich nicht. Ich hab nämlich keine Ahnung, was ich jetzt hier dagegen tun soll. Aber das ist Schatten, da kann ich nichts machen. So, das ist echt eine langweilige Aufgabe. Ich brauchte was, was ich hier währenddessen machen könnte. Irgendwie wieder zocken oder irgendwas erzählen, irgendwas spannendes, aber da haben wir euch ja noch nie der Beste. Naja. Okay. Ich bin grad viel zu sehr beschäftigt, damit diesen Scheiß hier hinzukriegen. und wir machen das Ganze am besten. Einfach so. Ich hoffe, dass das zusammenpasst. Jetzt möchte ich mal ganz kurz bitte Spaß hier weggelöscht haben. So. Das schwebt hier so ein bisschen. Okay. Das ist jetzt nicht gerade optimal. Ja. Aber ich alles auf die Sache möchte. Aber das kriegen wir hin. So. Da hätte ich auch diese Scheiß Idee mit dem Terrardurchschnitt. Also wenn ihr mal sowas machen wollt. Boah. Äh. Gebt mir das auf die Nerven. Das ist Wahnsinn. Warum mach ich sowas? Dann seht ihr mal, was ich hier alles für euch... Ey. Ah. Auf mich nehme. Solche nervtötenden Aufgaben. So. Jetzt kriege ich... Warte, wie es läuft. Jetzt kriege ich wahrscheinlich nicht mehr... ...das Ding so hin, wie es davor war. Wie es hier hingehört, weiß ich sowieso noch nicht. Nein! Dann verbrücke ich mich natürlich wieder. Ist irgendwie typisch. So. Jetzt bitte so. Ja. Jetzt ist hier alles korrekt. Jetzt kann ich hier weitermachen. Schritt für Schritt. Da muss ich halt mir überlegen. Das ganze dann in Szene setze. Gut. Die Szene setze. Das ist übrigens wirklich einfach eine Sonne, die das so scheiße macht hier. Musik ist gerade etwas lauter und kommt mir das nur zuvor. Da bleibt einfach mal auf dem Kopfhörer leise bei. Im Endeffekt. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Scheiße. Sorry. Jetzt machen wir das Ganze mal. Ja. Jetzt haben wir nämlich ein großes Problem. Das kann man hoffentlich lösen. Wenn ich wenigstens die Dinger hier angleiche. Nein. Das geht nicht. Ich hätte es nicht benutzen sollen. Das war mein Tod. So. Ah. Moment. Alles in Ruhe hier machen. Es soll am Ende schön aussehen, deswegen gebe ich mir jetzt hier auch so viel Mühe. Was habe ich hier nur getan? Was habe ich hier nur getan? Was habe ich hier nur getan? Das passt jetzt wenigstens. Ich mache es jetzt erstmal hier fertig. So. Notabschaltung ist mir so egal. Macht nur was ihr wollt. Äh. Komm schon. Hier hin. Los. Ja. So. Ja. Und du kommst hier hin. Und du musst mal gucken. So. Haben wir das schon mal. Dann machen wir hier weiter. Hier machen wir das ganze so. 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 Komm schon. Ja. Muss ich echt jeden einzeln machen. Das ist Hammer. Zumindest bis hier hin. Ich überleg mir dann noch genau, ob ich das hier nicht auch einfach einzeln lasse. Einzeln mache und dann lasse. Kann wenigstens nicht mehr so viel passieren. Den möchte ich. So. Eins runter bitte. Na. Ach Gott. Kann es jetzt mal so bleiben? Ich bin hart verwirrt gerade. Hart. Am nachdenken hart an. Ich weiß es nicht. Ich bin fertig. Das hier doch wirklich sind jetzt schon halbwegs okay aus. Dann bitte machen wir das hier jetzt auch noch. Irgendwie okay. Das ist gar nicht so leicht. Kostet mich immerhin zwei ganze Cent okay. Jetzt noch was. Und gut. Ich bin mal gespannt wie es dann auch immer raussehen wird. Ob man das überhaupt anschauen kann am Ende. Ob ich hier nur Bullshit produziert habe und das dann hochladen muss. So. 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 Jetzt haben wir wenigstens hier schon mal einige. Na ja. Okay. Gut. Das ganze was sich hier so anschaut ist durchaus ertraglich. Ich weiß es dauert ewig. Und glaub mir es nervt mich unfassbar. Hier machen wir den ein und danach ganz herum habe ich das richtig im Kopf hier oben. So. Hier noch halt und dann hier ganz. So. Jetzt machen wir jetzt noch kurz. Ach. Jetzt ist hier wieder was im Kopf. Äh. Äh. Schau. So. Ich hoffe das ist jetzt korrekt so. So. Wahrscheinlich nicht aber schauen wir mal. Obwohl doch doch doch. Doch. Das hört sich gut an. Ja. Das sieht korrekt aus. Das sieht korrekt aus. Oh Gott. Ich bin so glücklich. Nee. Bin ich nicht. Na. Bin ich ganz auch gar nicht. Ah. Okay. Aber darum können wir uns im nächsten Part. Ich meine wir haben jetzt wieder lange gemacht. Ich habe extra ein bisschen länger gemacht weil wir zum nichts kommen. Ich habe extra ein paar bisschen länger gemacht deswegen aber. So schauen wir uns das ganze so an dann ist es doch naja gar nicht mal so schlimm. Wie immer sage ich danke fürs Zuschauen. Wir bauen im nächsten. Part weiter. Kommentare und Feedback hinterlassen. Bis zum nächsten Mal und ciao.